Was geht Leute? Willkommen zum Vacation Simulator 3000. Ja, ich hatte mega Bock auf Virtual Reality, genauso wie ihr, wer die letzte Folge Virtual Reality nicht gesehen hat. Da haben wir nämlich Minecraft zusammengezockt in der Virtual Reality, da wurde mir mega schlecht. Aber es wird jetzt gesagt, dass dieser Vacation Simulator irgendwie nicht so Übelkeitverdämmt ist. Gibt es Sinn? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Leute, ich würde sagen, wir starten. Ich habe hier eben schon ein paar Sachen durch die Gegend geworfen aus Versehen, aber... Ja, ich würde sagen, wir nehmen hier mal Human One, gehen hier rein und... Oh, upsala. Hahaha, einmal gegen das Mikrofon geschlagen. Warum eigentlich nicht? So, okay, ich bin gespannt, Leute. Ich zocke das jetzt mit euch zum allerersten Mal. Aber ich habe mir sagen lassen, diese Simulator hier sind am allerbesten tatsächlich. Ja, hi, was geht? Okay, ähm, okay, okay, äh, ja, hi, bin ich, ich bin hier in einem Fahrstuhl, ne? Okay, ähm, ja, oh, das ist meine Suite, da gehen wir doch erstmal da rein. Okay, 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 oh, ja, da will ich hin. Wow, haha, haha, yo, okay, boah, ich will Urlaub machen. Äh, okay, dann gehen wir mal da rein. Yeah, wow, achso, man kann hier sozusagen den... Ah, hi, oh, das bin ich? What? Man kann hier auch sogar so eine Art, äh, Bräunungsgrad einstellen. Da wollen wir doch ein schön knackiges Braun haben, oder? Die Frage ist, die ich mir stelle, warum... ...hab ich eine Glatze? Ähm, nehmen wir mal einen normalen Bräunungsgrad, ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Was ist das da? Oh, cool, da kann man auch noch die Mitreality-Brille einstellen. Ja, was geht ab? Oh, man kann hier sogar einen Bart und sowas nehmen. Hier ist auch ein Kamm, ich käme meine Glatze. Brauch ich nicht. Ähm, yo, so eine rote Oculus Rift-Brille oder so eine rote VR-Brille sieht schon future-mäßig aus, aber ich glaube, ich nehme eine grüne. Oh, du siehst heute wirklich gut aus. Ähm, ja, okay, oh, oh nein, wo sind meine Haare? Ah, verdammt, ähm, ja, das sieht auch normal... Das würde ich doch so lassen, oder? So sehe ich doch auch echt aus. Äh, so... Ähm, ja, ein Bart, was ist das da? Ah! Oh, wer ist denn der gutaussehende Typ da am Spiegel? Ey, 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 ey... Ne, wir nehmen ohne Bart, glaube ich. Ja, so sieht das doch schon viel freundlicher aus. Okay, äh, ansonsten Brille. Joa, kann man mal gucken, die da. ha das bin ich das bin ich krass ok ansonsten hier ist noch eine waage da gehe ich jetzt mal lieber nicht drauf leute ihr wisst bescheid ein bisschen ok ich weiß nicht was das ding bringen soll aber ok wir gehen mal wieder hier raus gerne ich habe mich gerade okay okay alles klar danke danke hier kann ich ja theoretisch auch noch mal reingeht aber ich würde gerne dahin was ist das hier überhaupt das ist ein fernseh location so ok lol ich mich veräppeln ja da krieg ich ein ganz schlechter empfang hier wie cool ist das denn schrott so was will ich nicht gucken das haben wir hier wo ich hab ein bisschen angst kann man den in die hand nehmen hier kann man dann gucken wo man alles hin hinfahren kann und sowas cool ansonsten ist ja eigentlich nicht mehr so viel ist noch ein bisschen spielzeug da kann man runter zocken wollen wir das mal machen ich probiere das mal aus kurz in die hand wie muss das doch funktionieren dann nehmen wir das ding hier mal so an an als ob ich im urlaub als ob was das ist ja so ok ok leute ich spiel gerade in der virtuellen das mal irgendwo anders hingehen das mal gucken kann man hier irgendwie das ist das schlafzimmer also ich muss echt sagen das ist begeistert leute das funktioniert wirklich ok da sollte der ball vielleicht nicht hin hier ist ein storage was haben wir hier drüben mit diesem ball ok ich kann ihn irgendwie nicht mehr aufheben das du bist mein mann du bist es ok dass wir hier raus da lang hi was geht vacation forest beach es hat noch nicht mal angefangen ich hab einen haar mund ja ok ok also man kann da nicht hin vacation island ok ok stehe ich denn jetzt gerade so ist glaube ich richtig hier human take this wristband hua juhuuu oh alter das ist also leute wirklich das ist oh nein eh 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 da bin ich hin oh ah oh 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 ab gehts oh jetzt können wir schon zum oh Leute wenn ihr jetzt den 2. Teil habt lasst doch gerne mal einen da oben da das ist so cool heute ist das Das macht richtig Spaß. Okay, ich würde gerne dort, dorthin. Ah, ah, okay, man muss ein Stück weiter zählen. Vacation Beach. Da oben drauf will ich. Oh Mann, da darf ich nicht hoch. Ja, quatsch mich jetzt nicht. Ja, quatsch mich jetzt nicht. Hey, wie geht's? Was ist da unten? Da brutzelt doch einer, oder? Ach so, da tut sich jemand räumen. Okay, try it out. Yo, wollt ihr mich verkack eiern? Ich setz mal wieder meinen Rucksack auf. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Was geht hier ab? Das ist so nice. Mach ich mal wieder. Hab ich das jetzt. Das ist so krass hier. Was geht ab? Gib mal die Kokosnuss. Was geht ab, Bro? Du bist ein bisschen rot ums Gesicht. Hier, den Kokosnuss. Ja, komm mal hier. Nimm das mal in die Hand. Nimm das in die Hand. Ach so, das ist so zum Spielen. Wow. Ich würde gerne wissen. Dahin kann ich. Hi. Hi, wie geht's? Oh mein Gott. Was? Hau ab. Laber mich nicht zu, du alte Schachtel. Geh weg. Geh weg. Das ist so krank. Was ist das denn? Castle Blaster? Okay. Okay. Ich nehme einfach mal mit das Ding. Oh mein Gott. Ich gehe jetzt unter Wasser, Leute. Oh mein Gott. Ich bin unter Wasser. Oh mein Gott. Ich war gerade unter Wasser. Was ist das hier? Geld, glaube ich. Oh. Gib mir das Geld. Ich klaue jetzt einfach mal so an. Was bist du? Okay. Okay. Gucken wir mal, was da drüben so ist. Das ist überall Geld. Nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit. Woo. Hey. Handball. Let's play. The rules are simple. Als ob wir mit dem Handball spielen können jetzt. Okay. Okay. Wo ist der Ball? Geld. Geld. Gib mir das Geld. Ha. Ha. Boom. Verdammt. Ja. Another one. Ha. Ha. Wow, human. You're pretty. Baller. There are many more sports. Just find another type of ball. No. Wow. Das macht Bock. Leute, wirklich. Kann man das da reinwerfen? Kann ich den da reinwerfen? Ne, das geht nicht. Okay. Leute, ohne Witz. Falls ihr Bock habt, dass wir uns jetzt nochmal die ganzen anderen Level angucken oder sowas. Würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall demnächst wieder. Ey, da bin ich. Lasst ein Like da, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder bei einem weiteren Video. Das hat richtig Bock gemacht. Wirklich. Das hat richtig hart Bock gemacht, Leute. Falls ihr, ich weiß jetzt gerade gar nicht, da stehe ich richtig. Okay. Falls ihr Bock auf mehr habt, Leute, ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Oder rein? Ciao. Ciao.